Einkaufen, obwohl die Läden eigentlich längst geschlossen haben. Heute bleiben die Geschäfte offen. Der Mondscheinbummel ist das Sommer-Highlight in Gmunden. Es ist eine stilvolle Stadt mit sehr viel Nostalgie, Romantik und wenn man am Abend shoppen gehen kann mit so einer schönen Musik im Hintergrund. Es ist einfach so ein südländisches Flair und viele Leute sagen ja, dass Gmunden so ein mediterranes Flair hat. Es ist auf der einen Seite ein Abend der Wirtschaft, des Handels, der wunderbaren Betriebe in der Gmundener Innenstadt, auf der anderen Seite auch ein Abend des gemütlichen Miteinanders, der Geselligkeit und diese Symbiose aus Einkaufen, nette Menschen treffen und die Gemütlichkeit genießen ist das, was den besonderen Reiz und den Charme des Gmundener Mondscheinbummels ausmacht. Kein Shopping-Stress. Wer Keramik, Schmuck und Mode einkaufen will, hat bis 22 Uhr Zeit. Dass man sich halt außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, das auch so ein bisschen als Familien-Event zieht und sich halt einfach hier ihren Gmunden aufhalten kann zu Zeiten, die normalerweise nicht gewohnt sind. Dass alle Geschäfte lange offen haben und so viele Leute da sind. Man trifft halt immer wieder Bekannte oder Freunde und es ist halt immer sehr schön, wenn man sich wieder sieht. Die Innenstadt leuchtet heute etwas heller. Nicht nur durch die Schaufenster, sondern auch durch den Mondschein. Und der hat bei manchen sogar Einfluss auf die Kauflaune. Die Nacht sozusagen birgt noch einmal ein großes Potenzial und je später die Stunde, desto besser sind dann auch oft die Ideen und die Inspirationen. Und da tauchen dann noch einmal ganz besondere Gefühle auf, je näher sozusagen wir dann dem Mond gehen. Auch weil alle fürs Shoppen heute etwas mehr Zeit hatten.